Anastasia, Band 8, Teil 2, Die Bräuche der Liebe Kapitel 5 An der Zeugung eines Menschen sind nicht nur zwei Körper beteiligt. Diejenigen, die das Buch der Ahnen gelesen haben, müssten sich noch an Folgendes erinnern. Der vedrusische Hochzeitsbrauch der Trauung endete damit, dass das verliebte Paar Liubomila und Radomir ein Kind zeugte. Doch damals hatte ich darauf verzichtet, Anastasia darüber zu befragen, ob in der vedrusischen Zivilisation bezüglich der Zeugung von Kindern irgendwelche Besonderheiten zu beachten waren und ob es sich überhaupt lohnt, diesem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Als ob sie meine Frage erahnt hätte, sagte sie plötzlich von sich aus. Die Vedrusen besaßen großartige Kenntnisse über das Wesen der Zeugung von Kindern. Ich weiß allerdings bisher noch nicht, wie ich den heutigen Menschen in einer für sie verständlichen Sprache etwas darüber berichten kann. Viel später nach dem Gespräch mit Anastasias Großvater und der Suche nach den Bräuchen verschiedener Völker, die in der Lage sind, die Liebe in ihren Familien zu bewahren, erhielt ich ausführliche Informationen über das Thema der Zeugung bei den Vedrusen. Dabei wurde mir klar, dass Anastasia schon zuvor durchaus in der Lage gewesen wäre, darüber zu sprechen. Das Problem war vielmehr mal wieder ich gewesen, mit meiner zu geringen Auffassungsgabe. Sogar unsere moderne Wissenschaft hat sich mit diesem Thema nicht tiefgreifend genug auseinandergesetzt. Unsere Wissenschaftler versuchen bereits, Menschen zu klonen, doch wie es aussieht, kreieren sie am Ende ihrer Bemühungen ein Wesen, das nur äußerlich einem Menschen gleicht. Denn zum Zeugungsakt gehören nicht nur ein Spermaduktion und eine Eizelle, sondern auch etwas Unsichtbares, etwas, was sich unserer Sinneswahrnehmung entzieht. Die folgenden Darlegungen der von mir erhaltenen Informationen werden möglicherweise den einen oder anderen von ihnen schockieren, Auch ich habe ja ein halbes Jahr lang darüber nachdenken müssen, ob ich die mir zur Verfügung stehenden Informationen mit meinen Lesern teilen sollte oder nicht. Letztlich entschied ich mich, meine Erkenntnisse nicht für mich zu behalten. Es geht hier nämlich um Folgendes. Eine große Anzahl der heute auf unserem Planeten lebenden Familien erzieht, ohne es selbst zu wissen, Kinder, die man nicht zu 100% als ihre eigenen Kinder bezeichnen darf. Hierfür gibt es mehrere schlagende Beweise. In der Wissenschaft kennt man den Begriff Telegonie. Im Bereich der Medizin spricht man stattdessen vom Einfluss des ersten Männchens. Von diesem Phänomen namens Telegonie versucht man heute, möglichst wenig zu sprechen. Worum nun handelt es sich dabei? Die Entdeckung dieses Phänomens begann vor knapp 200 Jahren in England, als Lord Morton beschlossen hatte, eine neue Rasse von besonders ausdauernden Pferden zu züchten. Um sein Ziel zu erreichen, kreuzte er eine reinrassige englische Stute mit einem Zebrahengst. Doch wegen der genetischen Unvereinbarkeit der beiden ausgewählten Arten gab es keine Nachkommenschaft. Nach einiger Zeit wurde die gleiche reinrassige englische Stute mit einem ebenfalls reinrassigen englischen Hengst gekreuzt. Im Ergebnis brachte die Stute ein Fohlen zur Welt, das deutlich ausgeprägte, für Zebras typische Streifen aufwies. Lord Morton selbst gab diesem Phänomen den Namen Telegonie. Tierzuchtspezialisten kennen diese Erscheinung aus ihrer täglichen beruflichen Praxis. In jedem Hundezüchterverein wird eine ehemals reinrassige Hündin von den Fachleuten sofort ausgesondert, wenn sich herausstellt, dass sie näheren Umgang mit einer Promenadenmischung hatte. Diese Hündin wird nie mehr reinrassige Junge zur Welt bringen können, selbst dann nicht, wenn man sie mit dem reinrassigsten aller Rüden zusammenbringen würde. Taubenzüchter töten sogar ihre teuerste und reinrassigste Täubin, wenn sie von einem nichtrassigen graublauen Täuber beglückt wurde. Die Praxis lehrt uns auch hier, dass sie nie mehr reinrassige Nestjungen zur Welt bringen kann. Wissenschaftler verschiedener Länder haben eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt und dabei gezeigt, dass dieses Phänomen auch bei uns Menschen zu beobachten ist. Es gibt genügend bekannte Fälle, in denen weißen Ehepaaren Kinder mit schwarzer Hautfarbe geboren wurden. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein kleiner schwarzer Junge das Licht dieser Welt erblickt, weil früher seine Oma oder die gebärende Mutter sexuellen Kontakt zu einem schwarzen Mann hatte. Als Ursache für dieses Phänomen stellt sich immer die erste voreheliche Beziehung der jungen Frau oder ihrer direkten weiblichen Vorfahren zu einem Mann mit schwarzer Hautfarbe heraus. Bisher haben wir nur über klar ausgeprägte Merkmale gesprochen, doch wie viele kaum sichtbare Faktoren wird es noch geben? Allem Anschein nach gibt es davon unzählige, die wir gern außer Acht lassen würden. Die vorehelichen Beziehungen sind ja heute an der Tagesordnung und daher haben wir auch kein Recht, eine Frau dafür zu verurteilen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Heirat keine Jungfrau mehr ist. Unsere Gesellschaft, ihre ungeheuerliche Sexwerbung und die gesamte Sexindustrie haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Im Westen versorgen die Eltern ihre Kinder im Schulalter mit Preservativen, weil sie wissen, dass sie bereits mit dem anderen Geschlecht verkehren. Es ist ihnen aber nicht bekannt, dass kein Kondom dieser Welt ihre Kinder vor dem Einfluss des ersten Männchens, das heißt vor der Telegonie, retten kann. Das bezeugen konkrete Fälle aus dem Leben von Menschen und Tieren. Viele alte Lehren und Religionen sprechen ebenfalls über das Phänomen der Telegonie. Sie beschreiben es bloß mit etwas anderen Worten. Dadurch verändert sich jedoch das Wesen dieser Erscheinung nicht im Geringsten. Sowohl die Wissenschaftler als auch die Weißen aus den alten Zeiten sind von folgender Tatsache überzeugt. Der erste Mann im Leben einer Jungfrau prägt ihr einen Stempel seines Geistes und seines Blutes auf. Er bestimmt ein psychisches und physisches Bild der Kinder vor, die sie gebären wird. Alle anderen Männer, die mit ihr intime Verhältnisse haben werden, um eventuell ein Kind zu zeugen, sind letztlich nur Samenspender und Überträger von Geschlechtskrankheiten. Kann dieser Umstand vielleicht die Erklärung dafür sein, dass sich zahlreiche Väter unheimlich schwer tun, zu ihren Kindern ein gutes Verhältnis aufzubauen, liegt darin vielleicht einer der Hauptgründe für den Verfall der gegenwärtigen menschlichen Gesellschaft. Es gibt eine Masse von Beispielen dafür, dass an der Zeugung eines Menschen außer einem Mann und einer Frau noch eine gewisse Energie beteiligt ist. Doch wenn dem wirklich so ist, dann sollten nicht nur die Wissenschaftler, sondern alle Menschen über die Existenz dieser Energie bestens informiert sein. Unsere Vorfahren aus der jüngeren Vergangenheit schienen das Vorhandensein dieser Energie vermutet zu haben. Sie haben sich bemüht, streng darauf zu achten, dass eine heiratswillige junge Frau unbedingt noch Jungfrau ist. Möglicherweise pflegten viele Völker genau aus diesem Grund die Tradition während der Hochzeitsfeier, die frisch vermählten, in einem abgetrennten Raum einzuschließen und später die blutbefleckte Bettdecke aus diesem Zimmer herauszubringen, damit sich alle Anwesenden von der Keuschheit der jungen Braut überzeugen konnten. Steigen wir noch tiefer in die Vergangenheit ein, dann stellen wir fest, dass unsere Vorfahren aus jenen Zeiten die Grundbedingungen der Jungfräulichkeit einer Braut als nicht ausreichend dafür betrachteten, dass ein vollwertiger Stammhalter in der Familie geboren wird. Wenn ihren Behauptungen nach eine Frau beim Sex mit einem Mann an einen anderen Mann denkt, dann wird sie später ein Kind gebären, das jenem anderen Mann ähnlich sieht. All dies lässt vermuten, dass die Menschen im Altertum nicht nur Vorahnungen, sondern vielleicht sogar gesicherte Kenntnisse über die Rolle der Gedanken während der Zeugung besaßen. Genauer gesagt, reden wir hier über die Gedankenenergie. Der gleiche Zusammenhang ist auch beim Phänomen der Telegonie zu erkennen. Möglicherweise bewahrt eine Frau die Erinnerung an die Merkmale ihres ersten Mannes in ihrem Unterbewusstsein auf. Dadurch bringt sie später ein Kind auf die Welt, das diesem Mann ähnlich sieht. Zuerst dachte ich, man sollte über dieses Thema lieber gar nicht erst schreiben, sonst könnten eine Menge unangenehmer Fragen bzw. Diskussionen zwischen den Kindern und ihren Eltern oder unter den Ehepartnern ausgelöst werden. Doch was tun, wenn gerade das Glück bei diesen Menschen heute fehlt und wenn es unter anderem deswegen fehlt, weil sie über die Kultur der Zeugung nicht ausreichend informiert worden sind. Es wird bei uns schon lange darüber gestritten, ob die sexuelle Erziehung der Kinder als Fach an unseren Schulen eingeführt werden sollte oder nicht. Wenn in diesem Unterricht nur über die korrekte Nutzung von Kondomen gesprochen werden soll, dann kann man auf die Einführung dieser sexuellen Erziehung durchaus verzichten. Wenn allerdings die Kinder bereits in der Schule etwas über die wahre Bestimmung der Frau und über die richtige Herangehensweise an die Frage der Zeugung eines neuen Menschen erfahren sollen, dann ist die schnelle Einführung solcher Kurse in unseren Schulen lebensnotwendig. Allerdings müssen dann die Pädagogen den Kern dieser Sachfrage gut erfasst haben. Dafür muss ihnen wiederum die entsprechende Literatur zur Verfügung stehen. In der heutigen Gesellschaft ist es unbedingt notwendig, über dieses Thema offen zu reden. Doch leider widmen sich die uns zur Verfügung stehenden Massenmedien ausschließlich der Sexwerbung. In den sogenannten demokratischen Ländern wird viel über die Freiheit des einzelnen Menschen geredet. Kann man allerdings einen Menschen für wirklich frei halten, wenn man ihm essenzielle Informationen über seine natürliche Lebensweise vorenthält? Stattdessen nutzt man die Mittel der angeblich freien Werbeindustrie, um ihn von Perversionen zu überzeugen, die ihm als Spitze des Wohlergehens verkauft werden. Wenn dieser Mensch sich von etwas befreit hat, dann nur von seinem wahren, glücklichen, menschlichen Dasein. Und trotzdem hätte ich es vermieden, über die Telegonie zu schreiben, wenn mich Anastasia nicht darüber informiert hätte, wie die Situation korrigiert werden kann. Auch wenn eine heiratende Frau in der Vergangenheit bereits mit einem anderen Mann intime Beziehungen hatte, kann die Telegonie vermieden werden. Es stellte sich außerdem heraus, dass die Vetussen mit Hilfe eines überwältigenden Brauchs in der Lage waren, fremde Kinder zu ihren Bluts- und Seelenverwandten zu machen. Über das Phänomen, das in der modernen Medizin als Einfluss des ersten Männchens bezeichnet wird, wussten unsere Vorfahren die sogenannten Heiden und noch mehr die Vetussen bestens Bescheid. Vor den Auswirkungen dieses Phänomens schützen sie die jungen Menschen in ihrer Gesellschaft mit Hilfe von speziellen Bräuchen. Aber auch die Zauberer konnten den genetischen Code des ersten Männchens ausradieren. Sie waren sogar in der Lage, Mädchen, die während der Überfälle durch die feindlichen Armeen vergewaltigt worden waren, in ihren absolut unberührten Zustand zurückzuversetzen. Die Wirksamkeit ihrer Methoden wird durch die Tatsache illustriert, dass sie sich nicht scheuten, ihre eigenen Söhne mit diesen Mädchen zu verheiraten. Bei allem gibt es jedoch auch ein Aber. Es ist nicht möglich, die heidnischen Bräuche nur durch die Kenntnis ihrer äußeren Merkmale wirklich zu verstehen, ganz zu schweigen, von den altwedischen Bräuchen. Was hat es für einen Sinn, etwas nur zu Papier zu bringen? Wichtig ist, dass in den Familien Liebe herrscht. Das Paar muss sich auf die Geburt seines Kindes vorbereiten. Die Geburt muss unbedingt zu Hause stattfinden, dort, wo das Kind gezeugt wurde. Was nützt es schon, lediglich zu schreiben? Um die Liebe in der Familie für immer und ewig zu erhalten, ist es erforderlich, drei Punkte, drei Gefühle bzw. drei Aspekte des menschlichen Daseins zu einer Einheit verschmelzen zu lassen. Es genügt nicht, dies allein mit dem Verstand nachvollziehen zu wollen. Man muss es fühlen, gefühlsmäßig die Philosophie der Vorfahren erfassen. Und die erste erforderliche Handlung kann nur die Reue gegenüber den eigenen Vorfahren sein, die in unserer heutigen Gesellschaft als Heiden bezeichnet werden und von uns verleumdet oder verraten worden sind. Ja, wir haben die traditionelle slawische Kultur unserer Väter und Mütter verraten. Eine Kultur, die zig Jahrtausende lang existierte. Wir haben das Christentum zur russischen Tradition erklärt. Der christliche Glaube in Russland existiert erst seit circa 1000 Jahren und fällt somit auf keinen Fall unter den Begriff des Traditionellen. Warum ist die Reue erforderlich? Aus einem ganz einfachen Grund, wenn wir unsere Vorfahren weiterhin für wilde beziehungsweise für stumpfsinnige Barbaren halten, wie es uns täglich mit viel Mühe suggeriert wird und gleichzeitig versuchen, ihre Bräuche zu übernehmen, dann werden diese Bräuche ihre wahre Wirkung nicht entfalten können, denn all ihre Bräuche basieren auf der Kenntnis der kosmischen Gesetze, der Zweckbestimmung der einzelnen Planeten und der Macht der Psyche, das heißt der Gedankenenergie. Wir mögen uns bemühen, mit Hilfe ihrer Bräuche die kolossale Energie unserer Gedanken zu aktivieren, doch das wird uns nicht gelingen. Unseren Gedanken steht nämlich ein anderer Gedanke im Wege, der, dass unsere Vorfahren stumpfsinnig waren. Ein Paradoxon. Du bist ein Dummkopf, doch deine Handlungen sind wunderbar. Das eine widerspricht glatt dem anderen und schließt es damit aus. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Kultur unserer Vorfahren vor uns verborgen gehalten wird. Unwissende und Verwirrte von ihren Wurzeln abgedrennte Menschen können leichter in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Oder vielleicht handelt es sich hier um die Strafe Gottes für unsere Zivilisation. Zivilisation. Die Volksweisheit sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Wir haben den Bezug zu unseren Vorfahren verloren und dadurch das Verhältnis zwischen unseren Kindern und uns sehr brüchig gemacht. Über die höhere Kultur unserer Vorfahren, der Heiden, beim Thema Zeugung von Kindern, kann man sich anhand der bis heute erhaltenen Traditionen im modernen China und besonders in Japan selbst ein Urteil bilden. In diesen Ländern müssen Mann und Frau vor dem sexuellen Akt zur Zeugung eines Kindes einen speziellen Reinigungsbrauch absolvieren. Religionen im alten China, in Japan und Indien, aber auch im alten Griechenland schenken der Frage der Zeugung eines neuen Menschen immense Aufmerksamkeit. Was soll nun ein Mensch tun, der an guter Nachkommenschaft interessiert ist? Muss er zuerst eine Menge Zeit für das Studium von Abhandlungen über dieses Thema aufwenden? Und sollte er danach vielleicht noch etwas Zeit reservieren, um noch noch mehr Abhandlungen über die Auswahl der vorbestimmten Lebenspartnerin und über die richtigen Grundsätze der Kindeserziehung studieren zu können? Ich will es Ihnen gleich verraten. Es ist nicht nötig, einen Teil des Lebens für das Studium solcher Schriften zu verwenden. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um mir lediglich einen Überblick über diese Thematik zu verschaffen und plötzlich zu erkennen, all die großen Werke rund um besagtes Thema haben die Vedrussen auf ein System einfacher, lebensfroher und rationeller Bräuche für alle Lebenslagen komprimiert. Man könnte sogar meinen, Gott selbst habe Ihnen bei der Gestaltung dieser Bräuche und beim Begreifen des Wesens unseres menschlichen Seins geholfen. Bevor wir versuchen, die Erfahrung unserer Vorfahren für uns zu nutzen, sollten wir uns darüber verständigen, welche Vorfahren wir eigentlich meinen. Es geht mir speziell um die Frage, vor wie vielen Jahren welche Region des heutigen Russlands von unseren Vorfahren besiedelt war. Bekanntlich berichtet die historische Literatur unter anderem auch die russische über das Leben der Menschen im alten Ägypten und im alten Rom vor 5000 Jahren. In dieser Region der Erde wurden schon früher und werden auch heute noch archäologische Ausgrabungen durchgeführt, Große Touristenströme fließen täglich dorthin. Über Russland finden wir sogar in der historischen Literatur unserer Heimat nur Berichte, die maximal einen Zeitraum von 1000 Jahren umfassen. Auf dem Territorium unseres heutigen Staates konnte man früher anscheinend nur Armut oder gar nichts beobachten. War das wirklich so? Oder verbirgt jemand ganz bewusst unsere Geschichte vor uns? Ja, genau so ist es. Ich habe schon früher darüber geschrieben. Doch nun stelle ich Ihnen einige archäologische Erkenntnisse vor. Es geht in meinen Ausführungen um Archaim, um einen Ort, der einen unmittelbaren Bezug zum Thema Telegonie aufweist. Nach Aussagen von Anastasias Großvater wurde vor dreieinhalb Jahrtausenden ausgerechnet dort eine überwältigende Entdeckung gemacht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche ein angenehmes Weiterleben. Bis bald Tschüss bis bis